Okay, es wird hektisch. Es wird sehr hektisch. Ich hab noch keine Idee, aber okay. Ich hab auch keine. Scheißegal. Es wird hektisch. Ähm, 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 ähm. Für Not einfach mal was mit Liss nehmen. Ich nehme einfach das, was vorgegeben wird. Was einfach, was... Was einfach, was das Spiel mir schon gibt. Viel Spaß beim Zeichnen. Bei der kurzen Zeit. Keine Ahnung. Es tut mir so leid. Was? Ja. Alter. Who the fuck? Kann man so... Das war wahrscheinlich von mir. Das tut mir so leid. Okay, äh... Oder von mir. Okay. Ich weiß nicht, ich... Ich hab den Insider nicht drin. Sorry, ich weiß nicht. Ähm. Das ist, wie soll ich das denn jetzt malen? Wie soll ich denn das, äh... Ich glaub, ich weiß genau, was du bekommen hast. Ich glaub, du hast meins bekommen. Ich... Ich... What? Es tut mir leid. Alles gut, ich weiß nur nicht, wie ich's machen soll. Ähm. Ähm. Ich weiß nicht, wer das ist. Ich... Ähm. Sorry. Okay. Mit... Mit... Zumindest das Gruntling durchkommt. Ja. Irgendwie, ähm... Oh Gott. Es sieht aus... Es sieht nicht das aus, was das für ein Tier sein sollte. Äh... Ach, Gott. Was ist das? Ach Gott. Äh... Okay... Was ist das? Okay, ähm... Äh... Ich hab keine Ahnung, was das da ist. Ich weiß nicht, was das da ist. Du müsst schnell schreiben. Ach! Äh! Äh... Äh... Phu.. Ach, das ist... Das schon wieder. Das hab ich doch schon mal mitgezeichnet. so jetzt hier noch mal schnell noch mal schnell ja dankeschön die sie ok jetzt gehen wir hin sehr eckig aber was so ist man hat ja doch mehr zeit als man denkt ja es geht noch vielleicht versteht man das egal das finde ich gut was wie soll man was ok einfach mal keine idee ob das jemand erkennen wird okay ok nein ich will doch nie was vor allem kam ich hinterher mit dem schreiben ähm ähm dann machen wir jetzt schnell ganz schnell die auswertung machen ganz schnell das ist eine speedwarnwunde jetzt muss man auch ganz schnell ganz ganz schnell es tut mir so leid es tut mir so leid das einzige ort das mir eingefallen ist der einzige ort das mir eingefallen ist der bär ist gelieb der bär ist gelieb der ist aber auch gut der ist super geworden aber oh man oder ja ich saß da so wie zeichnest du schulandheim ist das so schon schwer genug zu zeichnen geschweige wenn man keine zeit hat ok Pikachu schläft bei Liss im Bett ok das ist gelieb das ist gelieb ach ne das hat sich ein bisschen geändert Lissi im Bett aber Liss ist wieder zurückgekommen ja in einem Bett Kuscheln okay sehr spät mit deinem Kontrollern was Einer eine Zeichen für Pikachu ich weiß überhaupt nicht wie wir das Fehl interpretieren können Ey Ey Meiner vielen Dank für den Kipfzapp Du bist dein Schatz Hat er wieder gut gemacht dass er das Fehl interpretiert hat Jeder, der was im Chat schreibt, klickt unten ein Pokémon. Du kannst auch unten, wenn du runterklickst, also unter dem Chat, in den Info, in die Panels schaust, ein bisschen runterscrollst, kannst du dein eigenes Pokémon auch für dich auswählen. Meinst du, das ist Red Force? Ach, cool, Fack, das ist nie so angekommen. Ach, Red Force. Das ist nie so angekommen. Naja, doch, aber ich weiß nicht, wie Red Force aussieht. Ich hab keine Ahnung, wie das leider. Sorry. Ja. Die Lady in Red in Red. Wenn ich genau sage, das hab ich genau gelesen. Ich weiß nicht mehr, ob Red Force überhaupt ein Mädchen ist, oder ne? Ich weiß nicht, warum ich den R, das R gehört da nicht hin. Freut mich, dich kennenzulernen. Mann, ey, sehr gut. Gibt es heute noch ein Battle Royale? Du, wenn alle noch was ein bisschen aus dem Chat schreiben, gerne. Bevor wir gehen, werden wir sowieso nochmal alle in den Chat schreiben. Garfie? Garfie? Garfie. Das ist, glaube ich, das ist, nee, das ist nicht. Oh, okay. Hast du irgendeine Flacke? Ticker. Jetzt ist Garfie zu Ticker geworden. Weil, das hab ich nicht als Lasagne gesehen. Oh. Ach, daher kommt die Biene, die ich gemalt habe. Biene mit Ohren. Biene mit Ohren. Ich hab versucht, eine Biene mit Ohren zu malen. Ich wusste nicht, was das ist. Okay. What the fuck? Ich hab's nicht gesehen. Die Ohren einfach komplett mit Atem missachtet. Ich wollte denn eine menschliche Fliege wieder warten, aber dann war die Zeit schon vorbei. Die Biene mit Ohren. Sehr schön. Weil das, sehr komisch war, dass da vorne ein Menschenkopf war. Das ist bei mir angekommen. Ich weiß nicht, was ich weiß nicht. Das spielt eine Meldung, was nicht weitergegangen ist. Oh, das wird kaum bei mir an. Nee, das ist niemals. Oh, sagt der Nes. Oh. Oh. Gefunden. Das hab ich gefunden. Das hab ich bekommen. Da steht doch die HL drauf. Das hab ich nicht gelesen. Das hab ich nicht gesagt, was da drauf steht. Was ist das mit Gefäß am Strand? Will baden. Ich hab extra die HL drauf geschrieben. Äh, Unfall. Okay. Ja, bei einer Flasche. Jetzt kommt meine Vorgabe, will ich verpastieren. Dieses absolut entsetzen. Tanuki, hallo, schön, dass du da bist. Jetzt kommt das, was sich das Spiel ausgedacht hat. Das hab ich von dir genommen. Das ist nie angekommen. Muck. No, no. Ich wusste wie, ich hab ein Schwein gemacht statt. Ich wollt grad sagen, dass ich hab ein Mundes Schwein. Ich sag, ich wusste nicht mehr, wie ich ne gut sein konnte. Ich hab ihm halt auch ein Mundes Schwein. Meiner denkt sich, das ist eindeutig die Eier legende Brun. Boah, Mensch, oh, was? Aber die ist bei mir angekommen. War nicht ganz so, wie ich dachte. Ich hab mich so ausgekommen. Oh, super leid, Svergi. Sehr schön. Ist ja eine Folge auch vom Spiel. Ich hab's direkt, das, was da angenehm ist. Ich hab's direkt. Rett, du kannst du einfach nur... Zum Glück ist Lerner nicht da. Er wär schwer enttäuscht. Zum müde, mir was auszudenken. Kuh trägt Schmuck, ey. So gut. Okay, dann schauen wir noch mal, was der Meiner sich als allerletztes ausgedacht hat. Ein brennendes Baumhaus. Das hab ich gemalt. Das wurde ein bisschen mehr interpretiert. Ach so. Ja. Ein brennendes Baumhaus. Also ich hab auf eifert... Ich wusste, ich hab auf eifert irgendwelche Kästchen bekommen. Ah ja, okay, da sind sie. Wie kam denn da das raus? Das ist noch... Hm. Das brennendes Baumhaus. Da war noch ein Torraum dazwischen. Nein. Nein? Ah. Der Torraum war schon... Oh, okay, damit der... Okay. Ah. Brennendes Baumhaus. Ah. Irgendwann musst du vorher... Löschen? Löschen war nie die Rede. Irgendjemand muss sich drum kümmern, Leute. Ja. Das stimmt. Ja. Ich mein, was das für Schaden in der Umgebung anrichtet. Da muss sich irgendjemand drum kümmern. Ja. Und Red hat sich selber in Auftrag genommen, weil er hat sich auch rot angemalt da unten. Ich glaub, das ist Red. Red hat sich selber als Held dargestellt und hat den Chancen noch genutzt schnell. Ah, super. Okay, Leute. Ja, sehr schön. Das hat eine Menge, Menge Spaß gemacht. Ja. 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 Das hat eine Menge, 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 Menge,